Musik In der heutigen Welt sind Gadgets nicht mehr nur cool, sondern auch unverzichtbar. Da sich Innovation und Technologie ständig weiterentwickeln, ist es nicht verwunderlich, dass der Markt mit einzigartigen Produkten übersättigt ist, die unser Leben einfacher machen können. Von Produktivitätsplanern bis hin zu Pelletrauchern für den Innenbereich gibt es eine Vielzahl spannender Produkte, die unseren Alltag effizienter und rationeller machen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die zwölf der coolsten Gadgets, die einen Blick wert sind. Daily Goal Setter Der Daily Goal Setter von Mallpaper ist ein Produktivitäts- und Dankbarkeitsplaner, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen. Mit diesem übersichtlichen Planer können Sie Ihre langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Ziele nach Prioritäten ordnen und umsetzbare Aufgaben erstellen, die Ihnen helfen, diese zu erreichen. Der Daily Goal Setter hilft Ihnen außerdem, durch tägliche Dankbarkeitsübungen und Affirmationen eine positive Einstellung zu entwickeln. Der Planer ist von der skandinavischen Lebensweise inspiriert, wobei der Schwerpunkt auf Einfachheit und Funktionalität liegt. Der Daily Goal Setter ist das erste Produkt von Mallpaper, das den Nutzern helfen soll, Ihren Kopf zu entrümpeln und organisiert zu bleiben. Der Daily Goal Setter enthält Elemente aus Brian Tracy's Eat-That-Frog-Methode, einer bewährten Technik zur Überwindung von Prokrastination und zum Erreichen von mehr Zielen in kürzerer Zeit. Der Planer ermöglicht es Ihnen, über Ihre Erfolge zu reflektieren und Aufgaben zu verbessern, die nicht wie geplant gelaufen sind. Es gibt zwar auch andere produktivitäts- und dankbarkeitsorientierte Planer und Journale, aber der Daily Goal Setter zeichnet sich durch seine Praktikabilität und Einfachheit aus. Er ist ein hervorragendes Werkzeug für alle, die ihre Ziele erreichen und ein produktiveres und erfüllteres Leben führen wollen. GEME GEME ist ein neuartiger Heimkomposter, der es dem Benutzer ermöglicht, organische Abfälle einschließlich Speisereste mühelos zu kompostieren. Die integrierte Fräse, die Heizung und der UV-Sterilisator sorgen dafür, dass der Komposter völlig geruchsneutral ist und bis zu 2 kg organische Abfälle pro Tag verarbeiten kann. Die Einrichtung von GEME ist schnell und einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Kabel anzuschließen, den Deckel zu öffnen und den mitgelieferten Beutel mit Mikroorganismen einzufüllen. Befolgen Sie die Anweisungen, fügen Sie Wasser hinzu und warten Sie 24 Stunden lang, bis die Mikroorganismen aktiviert sind. Sobald die Mikroorganismen aktiviert sind, werfen Sie Ihre Lebensmittelabfälle in den GEME und lassen die Maschine sie automatisch verarbeiten. Die Fräse und die Heizung von GEME sind extrem leise und der Luftentfeuchter und der UV-Sterilisator halten den Kompostierungsprozess geruchsfrei. Gryphon 6E Der Gryphon 6E ist ein leistungsstarker, drahtloser Router mit fortschrittlichen Funktionen. Mit seinen kompakten Maßen von 4,3 x 4,3 x 9,4 Zoll und einem Gewicht von 2,9 Pfund lässt er sich leicht installieren und in jedem Haus oder Büro verwenden. Mit einem 1,8 GHz Quad-Core-Prozessor, 1 GB RAM und 512 MB Flash-Speicher liefert er blitzschnelle Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gigabit pro Sekunde. Der Router verfügt über sechs interne Antennen, die eine Reichweite von bis zu 3000 Quadratmetern bieten. Darüber hinaus verfügt der Gryphon 6E über fortschrittliche Sicherheitsoptionen, darunter KI-basierte Intrusion Detection und Malware-Schutz in Echtzeit, sowie eine Kindersicherung zur Überwachung der Internetnutzung und zum Sperren ungeeigneter Inhalte. RideBuff Touch Die RBT-Maus von QuadraClix ist ein außergewöhnliches Produkt, das nicht nur hohe Leistung für Gamer bietet, sondern auch das Problem des Kapaltunnelsyndroms angeht. Die RBT-Maus ist so konzipiert, dass die Tasten näher an den Fingerknöcheln liegen, was eine Überlastung verhindert. Diese Funktion ist besonders nützlich für Menschen, die längere Zeit mit der Maus klicken. Was die Leistung angeht, so ist die RBT-Maus mit einem PixArt 3336-Sensor ausgestattet, der eine schnelle Reaktionszeit und Genauigkeit bietet. Die Maus ist mit allen Standard-Gaming-Maus-Funktionen ausgestattet, wie zum Beispiel einem funktionellen Scrollrad, linken und rechten Klicktasten und zwei seitlichen Tasten neben dem Daumen. Das Besondere an dieser Maus ist jedoch das innovative Design ihrer Tasten, das es dem Benutzer ermöglicht, über einen längeren Zeitraum bequem zu klicken, ohne Finger und Handgelenk zu belasten. Arden Der Arden von FirstBuild ist ein innovativer Pellet-Smoker für den Innenbereich, der das Problem des begrenzten Platzes zum Grillen im Freien löst. Dieser kompakte Räucherofen, der auf die Arbeitsplatte passt, verleiht dem Fleisch mithilfe von Pellets einen köstlichen Rauchgeschmack. Die Verwendung des Arden ist ein Kinderspiel. Legen Sie einfach die Pellets ein, füllen Sie die Wasserschale, stellen Sie die Temperatur und die Rauchintensität ein und lassen Sie das Gerät den Rest erledigen. Der eingebaute Fleischfühler überwacht die Temperatur des Grillguts, sodass eine ständige Kontrolle nicht erforderlich ist. Der Arden verfügt über ein Rauchabzugssystem, das den Rauch im Räucherofen und nicht in der Küche hält. Flowtime TDCS Flowtime TDCS ist ein leistungsstarkes Hirnstimulationsgerät, das nachweislich die kognitiven Fähigkeiten, die Stimmung und die Konzentration verbessert. Mit der dazugehörigen App können die Benutzer die Stärke der Stimulation anpassen und den Strom schrittweise auf bis zu 2 mA erhöhen. Einmal eingestellt hält die Stimulation 25 Minuten lang und schaltet sich dann automatisch ab. Das Gerät ist so konzipiert, dass es perfekt auf dem Kopf sitzt, mit ausziehbaren Armen und verstellbaren Kopfhörerringen, die einen stabilen und bequemen Sitz gewährleisten. Im Lieferumfang ist ein praktisches Reise-Etui enthalten, in dem Sie das Gerät mühelos mitnehmen können, wenn Sie unterwegs sind. Pendulose Desktop Der Pendulose Desktop ist eine moderne Zeichenmaschine. Er kann an jeder flachen Oberfläche angebracht werden und eignet sich perfekt für die Erstellung einzigartiger Muster und Zeichnungen. Er wiegt weniger als 10 Pfund und benötigt keine Batterien oder Steckdosen, was ihn auch umweltfreundlich macht. Der Pendulose verfügt über einen doppelten elliptischen Hormonografen, einen speziellen magnetischen Stifthalter und eine Zentrierkupplung, die den Stift mühelos auf dem Zeichenpapier zentriert. Der gefederte Stifthalter ermöglicht einen einfachen Farb- und Stiftwechsel. Der Pendulose Desktop fördert entspannende und anregende Aktivitäten, die helfen können, Ängste zu lindern. MacArm MacArm ist ein Roboterarm, der für Präzision und Effizienz in einer Reihe von Branchen entwickelt wurde. Er hat eine maximale Tragfähigkeit von 1,1 Pfund, arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 45 Grad pro Sekunde und hat eine maximale Reichweite von 16,5 Zoll. Das aus hochwertigen Materialien gefertigte Produkt ist langlebig und gewährleistet eine lange Nutzungsdauer ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit. MacArm verfügt über eine intuitive und einfach zu bedienende Software zur Programmierung und Anpassung. Das Produkt wird mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert, wie zum Beispiel einem Joystick-Controller und einem Greifer, die dem Benutzer Vielseitigkeit bei der Ausführung verschiedener Aufgaben bieten. Catlink Pure 2 Catlink ist ein intelligentes System, das alle Aspekte des Lebens einer Katze verbessert, indem es verschiedene Komponenten zu einem integrierten Ökosystem verbindet. Das Produkt verfügt über mehr als 100 Patente, die in nur drei Jahren erworben wurden, und hat sich in mehreren Ländern zum meistverkauften Produkt entwickelt, mit einem Marktanteil auf Platz 1 in Ländern wie Japan, Korea und Thailand. Mit der Catlink-App wurden bereits Millionen von Gesundheitsberichten an registrierte Katzenbesitzer übermittelt. Das Produkt verfügt über Funktionen wie einen GPS-Tracker mit einer Reichweite von 5 bis 10 Kilometer, einem Gewicht von nur 28 Gramm und einer Batterie-Lebensdauer von bis zu 30 Tagen. OmniHub OmniHub ist ein kleiner Hub, der ohne Probleme an die Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse der MacBook Pro angeschlossen werden kann. Durch sein kompaktes Design eignet er sich hervorragend für Nutzer der neuen MacBooks. Sie können den Hub an jeden der vier Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse anschließen. Mit diesem Hub können Sie Thunderbolt 3, 4K HDMI und 4K DisplayPort-Bildschirme gleichzeitig anschließen. Sie können auch 4K und 8K Displays miteinander verbinden. Der Typ-C-Anschluss des OmniHub unterstützt eine Leistung von bis zu 100 Watt, sodass Sie Ihr MacBook Pro mit voller Geschwindigkeit aufladen können, wobei eine maximale Leistung von 61 Watt bereitgestellt wird. Der OmniHub ist aus CNC-Aluminium gefertigt und in der Farbe Silber erhältlich. Capra Press Capra Press ist eine vakuumisolierte Flasche, die den Kaffee über einen längeren Zeitraum heiß hält. So können Sie den ganzen Morgen entspannt Ihren Kaffee genießen, ohne sich Gedanken über ein Überbrühen zu machen. Sie ist mit einem Filtersystem ausgestattet, das besser funktioniert als herkömmliche French Press Filter. Dieses System verhindert, dass sich alter Kaffeesatz zwischen den Filterschichten ansammelt, was zu verbranntem, schalschmeckendem Kaffee führen kann. Capra Press verfügt über Einwegventile, die den Kaffeesatz abdichten und ein Überbrühen verhindern. Mit der glatten Oberfläche und den präzise geschnittenen Löchern dieses Filters ist es ganz einfach, Ihren French Press Kaffee frei von Kaffeesatz und Ablagerungen zu halten. OnlyCat OnlyCat ist ein einzigartiges Gerät, das fortschrittliche KI-Technologie verwendet, um zu verhindern, dass kleine Beutetiere mit Ihrer Katze in Ihr Zuhause gelangen. Die Kamera kann Tiere wie Vögel und Mäuse genau identifizieren. OnlyCat kann schnell ein Ziel erfassen und Ihnen kurze Videoclips der Bewegungen Ihrer Katze über Wi-Fi senden, sodass Sie die Aktivitäten Ihres Haustieres proaktiv verfolgen können. Das Gerät kann Ihnen auch einen dringenden Alarm senden, wenn es feststellt, dass Ihre Katze ein Tier jagt. Um auf alle Funktionen von OnlyCat zugreifen zu können, einschließlich Videoclip-Timelines und Push-Benachrichtigungen, ist eine Wi-Fi-Verbindung erforderlich. Wenn Ihnen das Video gefällt, schauen Sie sich dieses Video an. Holzbearbeitungswerkzeuge, die jeder sehen muss, Teil 3. Holzbearbeitungswerkzeuge, die jeder sehen mit dem, Hu, ich bin mir die garland, der von uns in der Mitte der Ferne. Wenn man die Farbe-Instrategie verfolgt, dann werden wir mit dem, der man auch einen Geburt variants vermut و Vielen Dank.